Behandlung einer Analfissur Die Behandlung einer Analfissur erfolgt zuerst meist konservativ. Nur wenn diese keinen Erfolg bringt oder Fissuren wiederholt auftreten, werden Analfissuren operativ therapiert. Konservative Therapie Die Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens Rezidivrate Der Fissur liegt nach einer konservativen Therapie bei rund 50%, nach einer chirurgischen Behandlung bei 15%. Bei hartem Stuhlverabreichung von milden Abführmitteln Schmerzreduktion mittels lokalen ästhetischer Salbensitzbäder in lauwarmen Wasser ohne weitere Zusätze haben eine schmerzlindernde und entspannende Wirkung. Zudem führen sie zu einer Verbesserung des Blutflusses. Eine medikamentöse Salbentherapie mit muskelentspannenden Wirkstoffen über mindestens 6 bis 8 Wochen kann zu einer deutlichen Schmerzreduktion und einem Abheilen der Fissur führen, weil nicht ansprechen kann eine Behandlung mit Botulinumtoxin A versucht werden. Hiermit wird eine partielle temporäre Lähmung von Schließmuskelanteilen erreicht und damit der krankhafte Schfinktertonus reduziert. Operative Therapie Eine chirurgische Behandlung erfolgt dann, wenn die genannten Maßnahmen keinen Erfolg gebracht haben oder wiederholt Fissuren auftreten.